Hallo Knut! Lieber Knut Zittel! Wegen dein Papa! Knut! Knut! Groter Knut! Doch! Oma Knut! Das ist dein Papa! Knut! Nein! Sein Wetter! Nein! Sein Wetter Zittel! Und jetzt such! Eben ist hier das Graf! Sein Wetter Zittel! Ja, das ist Thomas Dörflein! 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 Ja, nein! Aber da hängt aber Thomas Dörflein! Ja, der ist zwischendurch bei Papa nicht mehr da! Ah! Was ist mit der Papa? 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 Ich glaube, das gefällt hier mit vielen Leuten! Ja! 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 Aber er will die Siebchen hier auf der anderen Seite sein! Knut! Mensch! Was? Du ganz allein? Ja, es ist echt cool! Ja, es ist richtig! Aber es ist jetzt mein Vater wieder zu sein! Ey, wass wirst du das tun, wenn dein Vater jetzt zu sein? Aber, wo ist das? Ey, ey, du weißt genau das Ding? Was ist der Gestorbene? Herr Hörpfe Was! Ich bin so alt, aber ich bin so alt, aber ich bin so alt, aber ich bin so alt, war ja auch nicht, das war nicht normal. Hm? Im Fernsehen macht mir mal Scheiße. Hier fehlt dir dann auch mal so eine Kiste, wo wir mal das an den Hüten von dem Weg machen, wo wir dann auch beschäftigen. Na ja, im Fernsehen sieht das doch anders aus. Wie ist das? 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 Wie ist das, was ich mal so gemacht? Wie ist das? Wie ist das? Wie stimmt das? Wie ist das denn? Wie lässt du denn der Traumfülle? Wenn der alleine seid, dein Vater nicht real? Wie ist das, wie gerade seit dem Vater. Wie ist das, was hat der lange nicht wirklichen? Dich, ich, deine Gerüte, alles Liebesür. Du kommst durch. So, sie sind hier verlassen.